Spukt es bei mir in der Werkstatt? Nein! Moin zusammen! Es ist wieder Samstag und was heißt es? Ein neues Projekt auf meinem Kanal. Halloween steht kurz vor der Tür. Also war ein Halloween-Projekt fällig. Ich habe mir gedacht, ich mache was Gruseliges aus Holz. Und habe mir gedacht, Kürbis, Halloween passt zusammen. Also habe ich einen Kürbis aus Holz geformt. Mit einer fiesen Fratze, mit einem Kerzenschein dahinter, damit sie auch noch ein bisschen gruseliger werden. Damit das Licht besser bricht, habe ich Plexiglas eingebaut. Mattiert natürlich. Die Details habe ich alle schön angeguckt, damit es gruselig und finster aussieht. Ansonsten, alles andere seht ihr im Video. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen hoch, einen Kommentar. Ich freue mich immer drüber. Und wenn es euer erstes Video auf meinem Kanal ist oder ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir auch gerne ein Abo. Nur viel Spaß und kauft Süßigkeiten für die Kinder. Ansonsten spielen sie euch Streichel. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.